Hallo und willkommen zurück zur vierten Folge von Sims. Let's play auf dem Kanal von Dimensio100. Er hat seinen Einsatz verpasst. Ich bin Kaito und an meiner Seite ist... Alter. Dimensio. Ich bin gerade am flirten. Ich kann nicht quatschen. Essen servieren. Story verzapfen, einreiten, reden. Alter was? Geheimschlag, mag sie nicht. Glaubst du, ich kann sie schon küssen mit 59? Ich versuch's mal. Versuch's es, ja. Och Betty, ja deswegen, deswegen, ähm, ja, das war nicht romantisch. Ich glaube, das geht erst ab 60, ne? Ja, wieso nicht? Okay, rede ich einfach nur mit dir. Tut mir leid, Betty. Ich war zu voreilig. Ich mutsch dich erst mit 100. Seht euch meine Moves an. Aber wenigstens schön realistisch. Besser tanzen kann ich nämlich auch nicht. Ähm... Du kannst ja wieder Spiel spielen, wenn du Bock hast. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Kitty Shank, Firmoman. Kitty Shank. Fisch, Mix, Pits, Rex, 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 Rex. Reggie and the Fool Effect. So. Ich will sie kitzeln. Aber geht auch nicht. Ich kann nur nicht kitzeln. Was ist was? Wöbeln habe, meine Damen. Wie kommen wir an Edna ran? Die steht da so zwischen den Stühlen? Am Vertrauen. Ich mach immer dasselbe. Ich weiß. Ich glaube, Edna kommt da nicht mehr raus. Wer kommt da nicht mehr raus? Edna kommt doch nicht mehr raus. Ich stehe zwischen unseren beiden Stühlen und ich will jetzt auch ewig in unserem Haus stehen. Immer da an der Einstelle. Ja, wird das eine Rolle? Ich bin gerade beschäftigt. Edna, Edna, komm. Wenn du mich jetzt noch davor sitzt, dann kommt sie auch erst recht nicht da raus. Ja, das ist ja das Problem. Na, ich nehme mir wieder einen Snack. Alter, Betty, bist du schwierig. Ja, das ist nicht so leicht. Was staubst du denn hier? Ich mag zwar nicht Geld auszugeben, aber manchmal muss das halt eben sein. Essen, so. Ach nee. Ich will essen, Vater. Tschüss, Betty. Ich muss erst mal kacken gehen. Ralf, guck mal. Oh, meine Blase. Noch mehr Essen. Ich will die Toilette nicht. Was? Wieso? Hier. Mein Gebrei. So, mein Kai, du hättest es wenigstens mal abziehen können. Was? Das stand abziehen. Betty war zuletzt drauf. Betty kann gar nicht sein. Nein, hier. Wie heißt sie? Edna. Ach so, weil Betty steht da draußen, wo wir quatschen. Die da mit der Baske-Mütze war zuletzt drauf. Ich glaube, es ist Edna. Mein Gefresse. Essen nehmen. Kann ich jetzt mal hier essen oder was? Ja, ich will essen. Ganz genau. Was machst du denn da? Essen geben. Ich glaube, man kann auch den Stuhl verschieben, ne? Ja, ja. Und verschiebt den doch mal. Ja, ja, mit X. Ja, dann mach du mal. Dann verschiebt den und dann kommt die da wieder raus. Ich hab dir gleich gesagt, wir hätten einen vor Kopf setzen müssen. Ja, dann setzt den auch vor Kopf hin. Am besten aber andere Seite, das weißt du, ne? Ich kann die Stühle nicht auswählen. Tja, dann heißt es, tschüss, Edna. Schön, dich gekannt zu haben. Aber stell dir vor, die stirbt dann in unserem Let's Play hier. Na, liegt da so eine tofte Leiche. Ja, wir können sie nicht entsorgen, ne? Ah, da hat sie sich hingesetzt. Ich hoffe, diesmal steigst du auf die andere Seite raus. Geht's doch von der anderen Seite, ey. Essen nehmen. Ach, Mann. Verdammt, Taito wird in einer Stunde abgeholt. Aber ich muss schon wieder arbeiten. Darf doch wohl die wahr sein. Sei nicht so faul. Mülltonne leeren. Ja, von mir aus. Einer muss da schließlich die Hausfrau spielen. Dann sorgt man dafür, dass die da irgendwie rausgeht, die Ente oder so. Säuber, ich säuber jetzt erstmal das Klo. Ja, ich weiß. Ich mach gleich die Musik an. So, was ist das hier? Jetzt schon wieder Telefon hier. Das ist ja... Ah, verdammte Scheiße nochmal. Kann jetzt gerade nicht. Glaubst du, ich? Säuber jetzt die Tonette! Nehmen. Geht jetzt da mal einer ran oder was hier? Ich kann jetzt gerade nicht dran liegen. Wir müssen mal kurz pausieren. So, wir beenden das Let's Play. Bis demnächst.